Sich eine Auszeit gönnen und frühstücken wie einst Kronprinz Wilhelm von Hohenzollern. Dort, wo der Wildbach rauscht. Auf dem Ausläufer der Ünschenbergalp in Schopenhau. Herzlich willkommen zum Sommerbrunch in der Villa Mount. Familie Mucksel vom Gasthof Adler aus Schopenhau verwöhnt die Gäste mit einem reichhaltigen Frühstücksbuffet. Kaffee, Tee, Prosecco, verschiedene Fruchtsäfte. Über das klassische Frühstück Brot, Zopf, süsses Stückchen, verschiedene Marmeladen und Honig, zahlreiche Wurst- und Käsesorten, Speck, Schinken, Joghurt und Müsli, bis hin zu gereucherte Forelle und Lachs, Eiergerichte, Rösti, Weisswurst, Beinschinken, Braten und kleine Fleischspieße, sowie knackiges Gemüse und Salate der Saison. Ein berauschendes Frühstück geniessen, umgeben von saftigen Wiesen und den majestätischen Bergen Künzel und Ünschenspitze, begleitet von feinen musikalischen Klängen. Mounts Sommerbrunch ist nicht nur ein Frühstück, sondern ein Event, um mit Familie und Freunden einen unvergessenen Tag zu erleben.